Von Jens Prevo Claude-Oliver Rudolph ist nicht nur die deutsche Stimme von Micky Rourke, sondern auch der wohl zur Zeit bekannteste Filmbösewicht in Deutschland. Der gebürtige Hesse kommt jetzt zurück. Im Gespräch wird Claude plötzlich ganz sentimental. Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse bringt Töchterchen im Urlaub das Tanzen bei. Urlaubszeit ist eine Zeit für ein Tänzchen. Zumindest in der Familie von Mozi Mabuse. Die Let's Dance-Jurorin feiert in den Sommerferien auch gleich den Geburtstag ihrer Tochter. Wie toll die mit fünf Jahren schon tanzt, sehen wir im Countdown. Geht Reality-TV-Star Ernesto Monte jetzt unter die Kunstkenner? Ernesto Monte ist wieder da. Der Macho aus dem Reality-TV hatte sich eine Auszeit genommen und der Grund ist leider gar nicht so heiter. Wir treffen ihn bei einer Kunstausstellung, zu der Ernesto natürlich auch wieder einen selbstbewussten Kommentar hat. Unser Society Reporter Jens Prevo. Showmaster Thomas Gottschalk soll einmal gesagt haben. Ich will deine privaten Geheimnisse ja gar nicht wissen. Ich will sie nur weiter erzählen. Und genau das könnte auch das Motto von Society Reporter Jens Prevo sein. Nach dem Studium zum Diplom Physiker und einem Ausflug in das Management eines Wahlkampfes kam er dann zum Journalismus. Dabei interessieren ihn immer die ganz menschlichen Geschichten. Geschichten Geschichten Die Menschen ihm erzählen und die er weiter erzählen kann. Es sollen aber immer Geschichten sein, die anderen Menschen auf irgendeine Weise helfen können, sagt Jens Prevo. Geheimnis Verhältnis 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 Verhältnis